um ja wenn du ihn durchgesäbelt hast, ne, dann ist es vorbei oh, wirklich? wärst du nie drauf gekommen, ne? ne, wärst du nie im Leben drauf gekommen ah, da ist es schön Glas produziert boah, ernsthaft jetzt boah, ernsthaft jetzt so, jetzt reicht's mir ace and gentleman, Jan reicht es nun mal gucken, wie die Grafikkarte reagieren wird tja so, wieder da mit der gleichen Frameszahl wie vorher kurz mir bin ich nochmal weg und dann boah, alles neu sollte ich hier in hoffentlich display das kotzt mich jetzt an ne, tauscht dahin muss ich mir das angezeigt werden naja was was raus was raus alter nein, hast du mal gelesen mein Bruder erklärt mir gerade, dass die bei ähm bei Spieletipps nur so Sachen tauschen wie Black Ops für xbox gegen Black Ops für PC ja, ist der dumm ja, er ist dumm moment mal, bei was überhaupt? bei diesem Geschenk umtauschen oder was? ja, genau alter nein, die tauschen genau das, was ich da gepostet habe schon ne Kamera gegen ein iPad oder sowas bist du dumm? alter letztes Jahr habe ich schon Leute gesehen, die ne ganze Konsole alter, die haben ne Erdnuss gegen irgendwo als Spiele getauscht bei dieser einen Frau tja ich habe schon Konsolen gesehen, die beschenkt wurden der Junge ist dumm im Kopf, ey obwohl er es mein Bruder ist, ne wie so ein Obwohl wenn schon weil nicht Obwohl alter, du ziehst mich da jetzt auch mit rein, oder wat? ich weiß Erste Style, Bruder so muss es in der Familie liegen super der nimmt trotzdem oh, jetzt hat der Penner das Licht ausgemacht Mal gucken, ob das jetzt der Aufnahme hilft oder nicht was? ja nein, hilft nicht ja, dass ich den zweiten Bildschirm ausgemacht hab hast du den Shaders noch an? ja ah mach den doch aus ja, wie denn? du hast ihn doch vorhin auch aus gemacht nein, ich habe ein anderes Shaders Pack reingepackt dann nimm ihn wieder raus weißt du wie lange das dauert 5 Sekunden 5 Sekunden hä, nein hast du keinen Mod Installer genommen? nein aber du bist doch dumm und schon wenn ich schon einen Mod Installer nimm wie den MC Patcher nein da kannst du, da kannst du immer auswählen ob du es reingemacht wird oder rausgeschmissen wird drückst du einmal auf den Knopf und dann wird das ja wieder rein oder rausgenommen guck mal ob das jetzt geht mit dem Shaders Mod ultra done ja, verpiss dich du scheiß Schwein nein, jetzt hab ich sechs also es liegt definitiv am Shaders Mod und nicht am zweiten Bildschirm ja, das hatten wir schon rausgefunden ich hab den jetzt trotzdem ausgemacht hab mir ungefähr einen Frame gebracht na, besser als gar nichts, ne? mh, gar nichts wär besser gewesen boah, ist das scheiße, ey nach den Ferien gibt's keinen Shaders Mod mehr hast du mal ausgerechnet, wie viele Folgen wir machen müssen? nein kannst du das grad mal ausrechnen? ok also, sagen wir ab ok, Minecraft Sonntag, ne, sagen wir ab ich hatte irgendwas mit fünf Folgen oder so noch ok, äh, mach ich mal morgen ja, morgen kommt noch ne Folge hoch und dann bist du 38 Dezimmer, wann bist du nicht da? ja ab 29. ab morgen also bis Ende der Ferien bis Ende der Ferien, also bis zum, äh morgen ist der 28 Dezimmer wie sag, hab ich doch gesagt? ja bis zum 14. ja, also bis zum 14. zwei Wochen, also ähm also 14, 14 Folgen brauchen wir dann ich glaub 5 hatte ich noch oder warte ich wenn du, äh, wenn du, äh ja, 15 Folgen, circa ich hatte noch welche auf dem PC 5 glaube ich hm hm, was? 5 hatte ich glaube ich noch auf dem PC ja, das ja, dann noch 10 10 10 sind 2 Stunden und 30 Minuten wie lange machen wir schon? eine Stunde 13 das sind also noch eine Stunde und nochmal so lange ja, passt das hätte ich auch ausgehalten mit dem zweiten Bildschirm nebendran naja, egal gleich wieder einrichten dann alles rendern und morgen hochladen, ja 30 Folgen DZ Metin plus das noch morgen müssen wir noch mit Metin machen, wenn Chris zur Zeit hat, ne? aber bezweifle ich immer ganz stark ich lehne mich mal gar an, zweit aus dem Fenster ja da ist kein Auto, Alter als ob wir jemals ein Auto finden beim beim rauslehnen ach so äh jo, ne? jo, ne? vor allem weiß jetzt keiner was gemeint ist weil die DZ-Folgen noch lange nicht oben ist ja Pech gehabt oh, ich muss gleich wieder mal Farm gehen, ne? unterirdisch scheiß Diamanten und so wenn die Diamant äh, hake geht mich gleich kaputt dann habe ich nämlich nur eine voll schlimm, ne? voll schlimm hier brauche ich bestimmt noch eine ganze um das fertig zu bauen wir mussten Erde rein hier unten weil da noch ganz schön viel Erde weil die brauche ich wahrscheinlich an dem Hügel hier ab vor allem den Stein, den wir im NETA verbaut haben hab ich gleich wieder sonst wären eh nicht fertig mit der CIS sowieso nicht ja, es kommen immer mehr Pläne dazu, weißt du? nein, so viel habe ich gar nicht mehr ich bin gerade am abarbeiten ja, ich meine Pläne was willst du denn noch bauen? du hast doch gar nichts mehr weißt du es kommen immer mehr Pläne dazu auch wenn es so gar nicht geplant ist das ist immer wieder zu viel Logik für mich, Markus ja, also wir haben geplant dein Prime-Projekt, ja? die U-Bahn die U-Bahn ist fertig ja, 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 schon klar ich bin noch nicht fertig mit dem Reden wir haben geplant als wir geplant haben dabei hatten wir noch nicht den NETA-Plan geplant als wir dann den ersten Plan fertig geplant haben und dann den Plan umgesetzt haben dann haben wir plötzlich den NETA-Plan geplant hast du verstanden? ja, also du sagst, das wird noch unendlich weiter gehen ja, wenn wir den NETA-Plan fertig gebaut haben dann kommt noch irgendwas geplant kannst du ja schon mal machen den NETA-Bau fertig machen das glaubst du mach ich gerade achso und dann irgendwann planen wir das Ende zu suchen und dann einen Witter-Boss zu bauen und den dann planen wir nebenplan dann planen wir das geplant und dann planen wir irgendeinen Plan, der nie geplant werden darf den NETA-Boss kann man ganz leicht besiegen oder Boss? meinst du oder was? ja, den NETA-Boss, genau den NETA-Boss nein, nur mal noch den Ender-Dragon den hab ich kein Bock drauf was? auf den Typen hab ich kein Bock heute nicht tut mir leid heute nicht irgendwann aber heute nicht ja halt, ja, wo ist der Scheiß gelett, wo? ja, den Ender-Dragon können wir ja auch ans Ende der Season machen also nie haha, daneben ein Schlag und Tod das war ja immer gut und nen Bogen gefunden ein Bögen 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 nein, das heißt nicht DayZ dieses Spiel ja jetzt schon laufen auch Zombies rum lassen wir das doch nicht so laufen und zum nördlichen Flugfeld klar und dann durch Balota und wieder zurück nach Elektro ja alter, das war ja der Mordsrun, ey der Mordsrun, Alter aber vor allem an dem einen Hügel, wo wir fast drauf gegangen wären huuuhu oh erst du und dann ja, 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 ich lenke mal die Zombies ab und bin jetzt so kurz verbünden oh, ne dann bist du ohnmächtig nein dann noch Beine gebrochen und dann gerade noch so mit den letzten, äh, mit der letzten Kraft noch ja, Zombies geschnitzelt, ey und dann noch überlebt, Alter kranker Scheiß war das schon ja, Alter, wir fehlen kein Auto, überleben jeden Scheiß naja, noch nicht alles passieren Scheiß gut, dass wir nicht mehr so viele Hacker sehen ja tja, ist doch so ich wurde ja nicht vom Hacker getötet, zweimal zwei oder dreimal wo du in dieser einen Aufnahme vom Hacker geschnitzelt wurdest ich einmal ja, erst dann, dann hab ich ihn ja geschnitzelt und dann hat er dich nochmal ranteleportiert, oder? nein du hast ihn nicht geschnitzelt doch gucke Video äh, 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 du hast ihn geschnitzelt? weiß ich nicht mehr, wie fast hat er... ja, als er dich mit der Akarre umgefahren hat ach so, den Typen ja der hat mich nur einmal geschnitzelt das war die gleiche Aufnahme, wie dann der Typ mit dem Helikopter ankam ah ja hat er dich nicht auch geschnitzelt? ach so, ja, dem, ja, dann zweimal, das war es aber schon aber es war nicht derselbe wär ich mir jetzt nicht so sicher das war ein, das war ein anderer Server, Junge nein, das mit dem Auto, dann wollten wir wieder zu dem Auto spawnen und ich so, ah, ich bin ein Kamenka, ich lauf da jetzt schnell hin äh, und lass mich wieder töten ah, ja, ja, okay, ja, stimmt das war alles auf dem 1 Server jetzt weiß ich wieder, ja, stimmt ja und dann, ja dann, 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 dann weiß ich nicht ich hab' mehr Schaufeln mitnehmen sollen dann nimmst du auch keine Schaufeln mit ich hätt' nur eine dabei dann nimmst du auch nur eine mit tut mir leid, man meine Hacke ist auch kaputt gleich also vielleicht noch mehr Schweine kann doch nicht sein näderschweine, oder was? natürlich näderschweine hä, sind die jetzt alle bei uns in der Festung drin? ja, diese Haufenweise wie sind die denn da reingekommen? keine Ahnung, wahrscheinlich wegen nädereck nädereck gespawnt meinst du? ja keine Ahnung, kann sein, ja oh, das Hühnchen hat ein Ei gelegt Hühnchenchen Hühnchenchen oh, ist das hier viel Scheißstein oh, ich muss das gleich geschafft haben oh Wart denn? aha, scheiße hast du was gemacht? Alter, geh weg du Schwein geh doch Markus hat die Schweine geschlagen wenn ich die Schweine jetzt schlagen würde, dann bin ich noch zwei Sekunden tot so viele Schweine stehen hier ich komm gleich mal vorbei ich will ein paar schlagen ah, dann viel Spaß dabei ich hab ein Diamantschwert da drauf